Grüß euch Leute, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins tiefe Erzgebirge und treffe mich da mit dem Rob. Der hat ein paar schöne Messer dabei, die ich mir mal anschauen will. Und wir werden eine Nacht draußen im Wald verbringen, haben vor ein kleines Feuerchen zu machen, was leckeres zum Abendessen uns zuzubereiten und wenn ihr Lust habt mit raus in den Wald zu kommen, euch ein paar schicke Messer anzugucken und mit uns am Feuer zu sitzen, dann bleibt jetzt einfach dran. Bis zum nächsten Mal. So, nachdem wir jetzt ungefähr zweimal im Kreis gelaufen sind hier in dem Wald, haben wir jetzt endlich eine geeignete Stelle für unser Nachtlager gefunden. Ich zeige es euch mal. Hier werden wir unsere Schlafplätze einrichten. Die Feuerstelle ist dann hier hinten und da haben wir hier unten so ein schönes Loch, wo wir uns hier an der Seite ein bisschen hinsetzen können. Hier unten liegen auch noch große Steinplatten drin, da werden wir das dann alles ein bisschen auskleiden, das ja auch alles soweit feuersicher ist. Und dann steht einem gemütlichen Abend eigentlich nichts mehr am Weg. Wir haben doch schon noch andere Sparwasser. Wir haben doch schon noch andere Sparwasser. So, es ist jetzt doch recht schnell dunkel geworden. So sieht jetzt unser Aufbau aus. Hier die Plane, das tat nur als Sichtschutz. Schlafplatz Nummer 1. Schlafplatz Nummer 2. Direkt geschützt hier unter dieser großen Fichte. Regnen soll es nicht. Von daher werden wir da auch keine Probleme haben. Und hier unsere Feuerstelle. Da haben wir jetzt genau dort, wo jetzt die Feuerstelle ist, lagen die Steine schon nur ein bisschen unter Moos vergraben, haben wir freigelegt, eine schöne Feuerstelle hergerichtet und da werden wir jetzt mal ein bisschen zündeln. Ich habe das Bild, was ich da geschickt hatte hier. Wegen dem, die Keule hier. Weißt du, was das für ein Feuer war? Das war bestimmt einen halben Meter, mal einen Meter wurde es drät. Das ist ja nicht so, dass wir ein übelstes Messer haben, wenn wir eine Säge haben. Ich glaube, wenn es auf die Knie dreht. Das muss gehen. Genau. Auf die Knie haben wir nämlich Hornhaut. Aaaaaaah, doch nicht. Hier, ich habe einmal was zur Hungerüberprägung mitgebracht. Ein Stück Fleisch. Das war's fürn, was ich? Nein. Das war's fürn, was ich würde sagen. Neben den Steaks gibt es natürlich heute auch noch bisschen mehr, nämlich leckeren Gulasch. Der wird hier frisch über der Flamme von unserem Spitzenkoch hier zubereitet. Das wird fein. Ich glaube, wir sitzen noch bis um drei in der Nacht und essen hier. Genau, und der Gulasch ist erstmal nur das Amüsgel. Die Steaks haben wirklich sehr gut geschmeckt. Der Gulasch ist auch fertig soweit. Den werden wir dann gleich noch probieren. Wir sitzen jetzt hier noch schön am Feuer, haben noch einen großen, wichtigen Stamm draufgelegt und der brennt jetzt so langsam durch. Und wir werden jetzt noch ein bisschen die Ruhe hier im Wald genießen und dann sehen wir uns morgen früh. Okay, also dann schon mal gute Nacht. Kampfl Three Kampfl three Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier drüben nochmal der Sichtschutz und für die Ausrüstung so ein bisschen. Hier hängen die Schlafsäcke zum Trocknen. Das Feuer brennt auch schon wieder. Jetzt gibt es nämlich erstmal leckeren Kaffee. Und wie gesagt, den Gulasch. Und den haben wir uns jetzt auch verdient. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Na dann schenk mal einher. Wenn das gerisches Waldlauferfrühstück ist, schmecken lassen. Das ist ein alter Oli-Besteck. Würde mir aber das in den hier ziemlich schwierig vorstellen. Ich habe das schon mitgekriegt, selbst das hier. Das ist ein bisschen Kotzgrenze. Und noch kleiner. Also ein Lob an die Küche. Sehr, sehr, sehr gut. Im Endeffekt kannst du sagen, das Grundprinzip Fleisch, Wasser, Zwiebeln, Salz, Pfeffer kannst du eigentlich mit jedem Stück Flasch machen. Eisbraten. Weil viele sagen, ich kann das nicht und ich kann das kochen und keine Ahnung, wie der Braten geht. Im Prinzip ist immer wieder das gleiche. Ja, der Rob, zeichn doch mal her, was du denn noch an Messern heute dabei hast. Ja, und zwar, ich habe mich mal bei Eikorn ein bisschen reingefuchst. Noch mal schönen Dank an Matthias. Der hat ja in seinen letzten paar Videos sehr über die Eikorn-Sachen geschwärmt. Und ich wollte mir schon immer die GEK zulegen. Die ist GEK 2000 von Eikorn damals noch. Und habe auch gesagt, es müsste in der Hand haben. Und durch den Matthias bin ich halt auch noch drauf gekommen, was dieses Defender angeht. Da ist sozusagen eine Underdog. Meines Erachtens noch mehr der UnderTiger. Also, das Ding ist geil. Das Ding geht wie Sau. Das will einfach nur benutzt werden. So, ich stelle euch einfach mal die ganzen Sachen hier mal ein bisschen vor. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, GEK. Ein schönes Messer. Ein wirklich sehr, sehr schönes Messer. Liegt richtig schön in der Hand. Wunderbar verarbeitet. Beim Stahl habe ich die günstige Variante gewählt. Das Professional scheint vollkommen auszureichen. Das ist der 440er Stahl. Aber durch diese Eishärtung soll dieser Stahl sehr, sehr gut sein. Also, die teuerste Version die ist mit dem Böhler Stahl gemacht. Und der soll von Eikorn durch dieser guten Härtung sehr, sehr gut sein. Matthias sagt aber, die günstige Methode, wenn man jetzt wirklich sagt, man will nicht allzu viel Geld ausgeben, reicht vollkommen aus. Lässt sich schön nachschärfen. Hält auch schön die Schärfe. Muss ich sagen, wunderbar das Messer. Was jetzt bei Thun und so angeht, brauche ich noch viel zu erzählen, was sich in der Materie auskennt. Wie ist damit was anzufangen? Die Klinge ist schön lang. Mause könnt ihr euch ja im Internet raussuchen, dass es denen geht. Kann man hier schön, wenn man jetzt packen will. Einmal frei. Jetzt habe ich hier noch zu liegen einmal das Wolverine. Und ich sage, beim Wolverine wieder die gleiche GEK-Klinge. Wolverine GEK. Ich muss dazu sagen, wer jetzt die Low-Budget-Methode wählen möchte und sagt, ich habe nicht so viel Geld, will aber ein ordentliches Messer. 80 Euro Top-Messer. Bist du mit dabei. Bis den kannst du wüten. Ansonsten gleiche Geschichte wie beim GEK. Das ist, dass man halt hier einen schönen ergonomischen Griff hat. Eine schöne Lederscheide. Gewährt man auch sehr gut. Okay. Kommen wir zum FK2000. Das dürfte ja soweit bekannt sein. Schwarz mit diesem Loch für diese Zange hier. Zack. Kannst du hier die Stacheldraht zeigst und so. Ist sehr schön. Drahtschneider quasi. Was mir jetzt da dran etwas nicht gefällt ist, dass hier hinten, wenn du das jetzt hier dran hast, und du willst jetzt so mit Draht schneiden, musst du das ja irgendwie wegbekommen komplett. Dann haben wir sich hier was einfallen lassen mit so einem Clip-System hier. Das geht aber wirklich schwer ran und schwer wieder ab, wenn du es hier an der Hose hast. Also im Endeffekt hast du wie viel zu Fummelei. Liegt auch so in der 80 Euro. Ist jetzt von der Stärke her vom Messersteuer, äh vom Messersteuer sag ich, von der Stärke her was die Klinge angeht nicht ganz so wie die anderen. Die dürften sich glaube ich auf 4,6 Millimeter belaufen. Der hier ist nicht so. Gut. Das ist quasi ein Stück dünner. Genau. Ja. Dann haben wir jetzt hier das Defender 110. Diesmal im Vergleich halten. Auch sehr gut. Köpflastig. Liegt gut in der Hand. Wo ich mir aber gesagt habe, 40 Gramm schwerer, 10 Euro teurer. Scheiß drauf. Nehme ich mit. Wegen 10 Euro und 40 Gramm gehst du halt einfach aufs Große. Und das läuft dann halt einfach besser. Ja jetzt aber sagt, platzmäßig, gewichtsmäßig wäre die kleine Variante auch ganz gut und erfüllt auch seinen Zweck. Wobei es eben schon größtenteils auch für Hackarbeiten gedacht ist und da ist natürlich die paar Zentimeter mehr Klingenlänge schon auch gut nutzbar. Wo man aber dazu sagen muss, wie schon gesagt, also man kann jetzt damit auch gut kleine Arbeiten machen, schnitzen und man halt auch die großen Arbeiten kann ich nur empfehlen. das Ding ist einfach nur gut. Gut. Super. Karls, wieder an dich. Schöne Messer. So, jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Kaffee. Will Kaffee. Oh, ich hab eigentlich alles haben. Niklas. War schön. War sehr schön. Wenn es mir wieder passt, ha? Ja, auf ein neues. Komm gut hin. Du auch. Soll ich doch noch eine Käseknacker da lassen? Ne, lass mal, danke. Und tschüss. So, die Feuerstelle ist soweit ordentlich abgelöscht mit Wasser, was wir hinten aus den alten Fahrspuren der Forstfahrzeuge hergenommen haben. Ordentlich abgelöscht, alles wieder abgedeckt. Und wenn es hier die nächsten paar Male geregnet hat, sieht man hier keine Spuren mehr von uns. So, es ist wieder alles eingepackt. Die Feuerstelle habe ich auch nochmal gerade kontrolliert, ob alles kalt ist. Es ist da nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. Hier unser Schlagplatz ist wieder soweit hergestellt, wie wir eine vorgefunden haben. Und ja, war wieder eine sehr schöne Zeit hier im Wald in der Natur. Wir haben es wirklich genossen, die Zeit. Wenn ihr Spaß hattet am Video und an dem, was wir hier draußen so gemacht haben und weiterhin nichts verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. schreibt einen Kommentar unter das Video oder so, wird mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video beim nächsten kleinen Abenteuer draußen in der Natur und geht selbst raus, erlebt kleine Abenteuer und macht's gut. Abenteuer und schreibt Untertitelung des ZDF, 2020